So, diesmal haben wir den Timer auch gestartet. Nicht, dass wir das wie letztens was wissen. Machen Sie sich einsatzbereit. Unser Operationsgebiet liegt in den Vereinigten Staaten. Das UFO ist in ein entlegenes Gebiet nahe einer kleinen Stadt gestürzt. Unser Einsatzziel ist die Eliminierung von Feinden an der Absturzstelle. Operation Gläsernerschlaf. Gläsernerschlaf, okay. Central, hier spricht Big Sky. Keine Feindberührung beim Vorrücken auf die Absturzstelle. Strike One ist bereit, das Raumschiff zu sichern. Verstanden, Big Sky. Strike One hat die Erlaubnis zum Stirn. Hm. Alter, guckt euch das an hier. Das hat schon die dritte Spalte angefangen. Das ist ja unglaublich, was für Bonis die hat. Okay, wir schicken mal die Macs vor. Hab verstanden. Bin schon dabei, Commander. Bin unterwegs. Vorsichtige Annäherung. Die Gegner zu fragen, wo steckt ihr, ist aber interessant. Wo steckt ihr? Die Lü-ty-ty-ty-ty-ty-ty-ty-ty-ty. Ich höre ein bisschen Angst vor dieser Elite. Vor dieser Monster-Fächer. In Ordnung, Commander. Feldposten. Bin bereit, fortzurücken. Halte Ausschau nach Feindaktivität. Es ist schade, dass die Scharfschützen nicht sonnereich weiter haben. Also zumindest zum Gehen. Selbstlosen, verstanden. Bei denen sind sowas von eiskalt Killer. Bestellte. Gehe los! Feinde gesichtet! Boah, direkt der. Das war der ETHERA. Schon unterwegs. Natürlich hat er Feldposten, das ist klar. Ich habe keine Chance. Der trifft auch. So, es ist jetzt Zeit für die Annäherungsminen. Und zwar soll er sich bewegen. Lege Mine. In Bewegung. Die... Ihr stellt euch mal da. Und zwar alle beide. Ich hoffe, ihr könnt dann dort schießen. Die sollen dann von der Seite nämlich attackieren. Ihr erholtet euch einfach nur Feldposten bedeckt. Ja, du gehst auch drüber. Also das müssen die Mechs erledigen und die müssen sich zurückziehen gleich. Bin auf dem Weg dorthin. Boah, 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 boah. Ja, der hat natürlich jetzt nur eins hier Leider Oh, da schießt er neben, das ist gut Der soll sich in der nächsten Runde Gut, dann habe ich eben den kleinen gesprengt Das hat sich ja gelohnt Verdammt Na, die Tür solltest du eigentlich nicht öffnen Warum hast du die Tür geöffnet? Achso, du willst angreifen Oh, die trifft sogar Natürlich, ja Reflexschuss, klar Das ist so eine Schied Ich würde gerne zurückspulen hier jetzt Mal verkrüppeln, Schuss, bitte Ne Puh, doch Und ob der jetzt eigentlich nicht mehr schießen kann Hat der eigentlich, ne Gleitschein ist eigentlich nur Kaputt machen von Anderen Dingen Bin dabei Aber wie viel hat die einen Schaden? Eigentlich zu viel schon Aber ich versuche ihn mal so kaputt zu kriegen Was nicht ganz einfach ist Was könnte was werden? Die Voraussetzung ist, dass Vega jetzt trifft Keine mit tödlicher Geschwindigkeit Ne, das ist mit Sucheskant auf der rechten Seite Äh, linken Keine Ahnung Beides Gehen wir da hin So, seine Waffe müsste unbrauchbar sein Das heißt, er ist eigentlich nicht in der Lage Was zu machen Gut Denn ist er jetzt tot So, alle Mann sammeln Wo gehe ich denn als nächstes lang? Ich denke mal weiter links rum Würde ich mal sagen, sammelt euch mal hier So, nachladen Dann gucken wir mal, was wir uns da gleich ansehen dürfen Auf der anderen Seite Das waren die Mutants Das Melt Hey, das Melt ist gar nicht mehr so weit weg Ich möchte das Melt haben Wenn es direkt daneben ist Warum ist es jetzt so ruhig hier? Keine Musik Ich kann die Ware sehen Ich kann die Ware sehen Gut, das dauert nicht lange Das heißt, wir kriegen das Melt Geräusch registriert In Ordnung, Commander Dann sieht das an Gut, nix Bin unterwegs Das ist sowieso ein Sputtern Lustigerweise ist die Musik nur in diesem Bereich Hier ist sie weg Sehr lustig Zurück auf Ziel vor Die sind da hinten Die sind wahrscheinlich Das war eine mir das gerade explodiert Und das kam von links Ich glaube, noch habe ich es übersehen Ich habe die Ware Süße, ein Melt Immerhin Ich gebe Gas Dann rennt man wieder zurück Bewegung, Bewegung, Bewegung Ich lasse sie über die Mitte laufen Ich weiß, hier sind von Sein links Ich gebe mich auf Position Ja, nix Die sind jetzt durch die Tür prallen Aber da habe ich irgendwie Da weiß ich, dass die das nicht tun Geht schon mal ein bisschen vor Da hat ja ganz schön die Deckung demoliert Ich rücke vor Bin unterwegs Bestätige So, die geben sich jetzt gegenseitig Deckung Und ihr geht Hier nach oben Und läuft den Max einfach hinterher Ist die Frage, wo sind die anderen Gegner? Ich glaube nicht, dass wir hier allein sind Da sind mehrere links Okay Planänderung Ich gebe dir mal Gas Und Und Läufst du mal da hin? Wenn die Geräusche von links kommen Dann will ich auch nach links gehen Bin schon unterwegs Das wäre jetzt blöd und gehen in die Richtung Können wir sogar vorstellen, dass die Aliens, die das Meld zerstört haben Bin unterwegs Okay So, nicht die Tür öffnen Noch nicht zumindest Ich gebe Gas Ah, gut Neuer Feindkontakt Ja, geht auch Daneben geschaffen Gesehen Videobeweis So, der hat schon mal einen Schaden Den trifft die nämlich Die schießt daneben Wie geht denn das? Na ja gut Offiziell hat sie ihn nicht gesehen Willkommen über die Seite Deck meine Flanke Ja, ja, du Das ist kein Problem Ähm Gehen wir da hin Müssen aufpassen Wir können Granaten schmeißen So, der Ist jetzt unser Wiese Trip macht wie viel Schaden Wiese Trip macht wie viel Schaden? Schwer zu sagen, ne? Ah, okay Fünf höchstens Ne, dann versuche ich ihn einfach mal abzuknallen Was nicht geklappt hat Gut Viel verfehlt Ach, der klang aber auch schon so langweilt Okay Ne, einen in Panik versetzen Das ist glaube ich eine ganz gute Wahl Und zwar den da hinten Ja, den da hinten Den in Panik versetzen Hm Hm Gut War vielleicht nicht die beste Wahl Aber es geht Position bestätigt Position bestätigt So Demon seht ein Die macht einen verkrüppelten Schuss auf ihn Der in Panik steht Hat nicht funktioniert Schade Seine Deckung ist weg Ach daneben Wir sehen übrigens auch gar nichts Das ist auch gut Hey Daneben geschossen Daneben geschossen Dases Dien's Duks Daneben geschossen Daneben geschossen